Ich würde dir natürlich mein Buch schenken, German Dream. Stolze Zugfahrerinnen. Liegen natürlich. Köchchen, ich würde eine Trattoria öffnen. Deutschland, Hannover und meine Familie. Dean und David und das Arresto am hohen Ufer. Das behalte ich lieber für mich. Das ist voll die schwere Frage. Warte ganz kurz. Welche Superkraft würde ich gerne besitzen? Manchmal wäre ich gerne unsichtbar. Das Recht auf Glück im Grundgesetz verankern. Die Menschen machen mir am meisten Hoffnung. DasAmericans. Bis zum nächsten Mal. qué simple. Untertitelung des ZDF, 2020